Musik Wir wollen einfach ein Produkt herstellen, das haltbar ist, wo ein Mensch sich einfach darüber freut, weil ich das selber auch bei mir merke. Ich habe ein paar Sachen, ob es eine gute Jeans ist, ein guter Schuh, eine gute Jacke, sonst irgendwas. Mir macht es richtig Freude, ein Kleidungsstück oder ein Produkt viele Jahre im Einsatz zu haben. Und Kompagnore sind da draufgekommen im Endeffekt, weil es ein Weggefährte ist, der man überall hin mitnehmen kann, der überall mit dabei ist und zu jeder Situation eigentlich passt. Zwei Jahre fast sind wir dran, dass wir eine Tasche entwickeln, die gut aussieht, praktisch ist und die einfach passt für Fotokameras. Hier ist eine Tasche, in der wir unser ganzes Equipment auf einmal mitnehmen können, mit der wir uns aber auch blicken lassen können, dass wir die Tasche auch mal für andere Sachen verwenden können. Und die sollte nicht auf Anhieb als Fotokamerasche erkennbar sein, soll echtes Leder sein, weil wir selber schon viele Jahre Ledertaschen gerne tragen. Vitali und ich, wir sind Cousins und was uns immer ganz, ganz besonders stark verbunden hat, das ist eigentlich Erlebnisse, die wir gemeinsam hatten. Ich kann das echt so sagen, mit Vitali, ich habe definitiv die krassesten Sachen erlebt aus sportlicher Sicht, aus Abenteuersicht. Wir können uns vertrauen, das passt, wir wissen, dass es zusammen eigentlich funktioniert. Deshalb haben wir auch die ganze Geschichte zusammen angefangen. Wir machen die erste Kleinserie, die ersten Kleinserien werden wir definitiv in Deutschland machen lassen. Auch die Musterfertigung, die im Hintergrund sieht man leicht, ist den ersten Prototypen. Wir haben schon den zweiten Prototypen fertig. Wir hoffen, dass wir so diesen Sommer eigentlich die ersten Taschen draußen haben und dass es dann so richtig losgeht. Und dann folgen natürlich die nächsten Modelle, da arbeiten wir auch schon dran, haben schon unsere Ideen.